glaube ich hier okay dann gehen wir da ist mein alter da so eine geile knarre das ist echt geil wenn man nicht so viel schuss braucht man sind hauptsächlich ordentlich dampf ja aus dem weg so gleich mal hier manchmal sterben die tür hier ist das keine tür ist hier eine man kann durch diesen käfig durchlaufen ok dann komme ich doch mal mit die haben sich echt ein bisschen wie bei der sie an die bösen zombies ja knarre von mir ist noch nicht mehr so richtig laut alter um mich ein tod was denn da passiert dein partner kann dir aushelfen ach so der ball hat schon wer auf uns ja ja und jetzt werde ich auch noch von zombies angegriffen das ist nervig ach der typ ist das jetzt habe ich doch einen erwischt oh man nervt nicht toll ich liege hier im sterben und du rennst weg ja ich kann nicht anders ist voll geil ich guck gerade so 20 meter jetzt bist du schon bei 46 47 49 40 hatte ich schalte mal um ich will mir das mal eigentlich schalte mal auf dich um ja hier ist ja noch ein blöder gegner und wo ja es ist ja sehr geil aus eigentlich umgefallen da sind echt platt gemacht aber es gibt ja irgendwo noch ein ja hier oben ist der mutter ja ich mach die gleich mal ich mach die gleich mutter ja mach dich messer so wo bist du denn ach der ist auch tot hier also beide gekillt den hat die mutter gekillt glaube ich okay so dann gehe ich mal auf f und jetzt kannst du mich doch wiederbeleben ah danke sie erst mal aber dann haben wir nur noch ein gegner ok warte mal ich würde jetzt mir gleich noch mal eine spritze ja ich auch spritze nicht messer ich habe eine schwache ausdauer spritze das ist ja sie ja damit die sachen musst du dir auch alle kaufen man immer diese amateure ja die kann man jetzt ausplündern ach stimmt die kann man ja genau hier lag ja noch einer noch genau vielleicht haben die auch bessere wochen oder sowas dieser jäger wurde bereits geplündert na das ist ja toll ja entschuldige das du bist ja geil aber erst mal ja kannst du plündern da ist mal hingegangen aber die waffen bleiben liegen oh das ist gut hier ist noch munition hier links hier ist noch schrot schrot knarre ach so das kann ich nicht benutzen hier sind neue lampen die waren mal schlechter als ich alter das ist echt aber die spiel bestimmt das erste mal oder so wie wir ja auch jedes mal ja ich glaube manchmal manchmal ein bisschen glück irgendwie noch das also wenn die auf einen so mies ballern ja wenn man keine chance hat der ist hier irgendwo ja hier ich glaube hier links euch irgendwas ich glaube ich glaube ich bin auch gleich soweit partner zugucken ich schalte mal kurz um mir alter mal gut dass der da am zaun hängen geblieben ist rette mich ich muss mich erst verbinden hier du wirst aufgehoben steht hier das ist ja sicher eine geile übersetzung ich glaube jetzt solltest du nicht nicht mehr umfallen ich glaube der kommt immer näher der typ mit seinen schüssen das kann schon sein ist er hier links und welche egel oder so ist er hier das der dicke ja und ich würde mal energie hallo nur jetzt fall endlich um da ich habe sonst muss ich wieder nachmachen wieder weg ich bitte beschmeißen mit feuer oh nein scheiße das war nix alter kann ich endlos schießen das ist ja mit der pistole hinter dir vorsicht ja ich kletter schnell runter alter meine energie natürlich hier energie sein urgroßvater alter ich muss hier oben auf der brücke ist der rechts von dir da wo ich gestorben bin der stand direkt da scheiße ah der kann aber auch nicht zielen äh lebt gerade nach bei mir du kannst mich noch wieder berichten ja ja warte 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 ich hoffe dass er gleich um die ecke kommt hier wo ist denn hin alter wie viel wie viel schuss habe ich denn hier äh der geht hier 30 schuss nach oder warte mal ein 17 alter der lädt meine knarre immer noch nach hier da kommt er da kommt er mein Tod oh nein habe ich ihn nicht auch getroffen ja also wir beide uns ja 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 alter naja gute nacht ja 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 Vielen Dank.